Es ist der Geier, ob ich hier gewinnen werde, aber wir werden das sehen und damit herzlich willkommen zurück zur Surflings Mod von die Siela 1 und hier. Ah ah. Gut mal. Lass dir den Arsch aufreißen. Hahahaha. Allein das ist schon wert gewesen. Naja. Da kommen die anderen dann an, das habe ich schon gemacht. So. Hahahaha. Irgendjahr. Wenn wir das kaputt gemacht haben, dann brauchst du das. Ich schaff das eigentlich nicht. Das zu bauen. Ja, will nicht. Vielleicht wird er Angst. Ist er da zu viel verliert? Hm. Schon sein. Jetzt frag mich ja, ob die Treffer jedes Mal ein neuer Helden werden. Es gewertet wie gut sie das Kampfsystem haben. Ah. Also ich glaube, sie werden jedes Mal von vorne gewertet. Ehrlicherweise. Na gut, versuchen wir es noch einmal. Und dann lassen wir das erstmal. Gucken mal, dass wir uns wieder konsumidieren. Wie geht das jetzt. Wie geht das denn? Nein, wir warten jetzt wieder 10. 20. Wie geht das denn? Ja. Das ist hier. So, wir machen jetzt ein bisschen Stähnchen. Das ist hier. Da. Und so. So, die Klammkraft wächst, und wächst, und wächst, und wächst, und wächst, und wächst, und wächst. Das Volk muss immer weiter eingelagert werden. Ja, und das waren halt Eisen. Also so. 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 Eisen. So. 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 ein bisschen was uneingenommen ist und dann gibt es die riesige Masse, die mir gehört. Okay, alles klar. Na gut, würde ich sagen, danke, dass ihr mir das hierhin zugesehen habt und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß und sehr, was ich mir wünsche für. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailerkommando mit dem Link dazu unten rechts. Und unten links findet ihr meine Shorts Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln wünscht euch euer Aha.